Okay, wir müssen das Ding lockern. Los Jungs, noch mal! Irgendwie kriege ich da die schon raus, ja. Das sind sogar unsere Freunde, ne? Das sind einfach sogar unsere Freunde. Ich dachte, das wären irgendwie so, okay, ein, andere, andere, unsere Freunde. Ja, okay, das ist leider so. Komische Scheiße. Sie haben von einem Sonnengeist geredet. Sonnenkönigin. Die alte Herrscherin von Yamatai. Das ist doch ein Witz. Du meinst, das hier ist Yamatai? Ja, sieht ganz danach aus. Na, das ist ja mal was. Haben wir es also doch gefunden. Ja, das ist ganz so nie erwartet, was? Die Untertreibung des Jahres. Sam hat irgendetwas damit zu tun. Ihr Anführer glaubt, sie sei so eine Art Schlüssel. Na, toll. Einen eigenen Charles Manson haben sie auch? Er heißt Matthias. Arme Sam. Hoffentlich finden wir sie. Alles der Reihe nach. Erstmal müssen wir auf den Käfig raus. Er heißt Matthias. Er heißt Matthias. Nennt sich nur Matthias. Meint, er ist der King. Haltet euch irgendwo fest! Hier wird es langsam instabil. Der Boden wölbt sich schon. Ja. Ja. Kein Problem. Ja, ja, ja. Sekunde. Okay, ich muss das schnell machen. Ja, ja. Oh, Lava. Der Boden ist Lava. Danke, Jonah. Der war knapp. Oh, scheiße. Die haben einen Gelegen. Doch, du, Held. Der kräftig Boden ist weg. Sieh runter. Da ist überhaupt kein Boden mehr. Du schraust zu diesem Ding. Der Boden ist dann einfach Lava, ne? Oh, Mist. Das ist immer. Ja, ich mach dir schon. Lara, leg mal zahm zu. Jo, du leg mal zahm zu. Das reicht nicht, Lava. Verdammt. Verdammt. Eine größere Explosion? Eine größere Explosion. Eine größere Explosion. Ja, 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 ja. Ich kümmere mich drum. Mit beiden Öffnungen gleichzeitig könnte es reichen. Alle Öffnungen gleichzeitig. Jetzt hat's. Wow. Oh. Hier eine Lack. Okay, dann geht's. Ich hole noch Selma und Whitman. Okay, gut. Pass auf dich aus. Komm schon, wir gehen. Ja, pass auf dich aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, diese Frau, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind draußen, aber alles stürmt rein. Wir treffen uns auf der anderen Seite der Brücke. Der Hubschrauber ist bald da. All right. Der muss Whitman. Oh, das ist so laut. Vielleicht geht irgendwo was rum. Jetzt seh ich nichts. Komm schon. Komm schon. Nichts mehr. Wir auch nicht. Wir tun da mal was, oder? Hier was. Da oben war auch nichts mehr. Da oben sind wir sch defeating. Ja, da oben. Hier auch nichts. Da oben ist etwas. Ich kann ihr nicht. Gibt meinen Aussagen und geht auf, dass sie nicht weg haben. Nein, nein, nein. Okay, die haben sich selbst ausgelöst. Wir holen da noch was. Okay, da können wir nichts holen. Da müssen wir noch irgendwas draußen. Wir müssen hier raus. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Okay. Wir müssen hier landen. Oh mein Gott, der ganze Sturz. Immer in Bewegung bleiben. Ich will mal rumgucken. Das macht mir Stress. Okay. Hier rüber. Hier rüber. Alles brennt hier. Alles brennt hier. Dank uns. Dank uns brennt hier einfach alles. Hier können wir noch die Lack lündern. Das ist Miss Hayes. Niemand geht. Das habe ich auf Japanisch vor dem Absturz gehört. Das Ritual aus dem Ikusgrab. Was interessiert mich das Haie Solan? Was interessiert ihn daran so sehr? Wir haben das mitgenommen. Wir können auch nicht mehr zurück. Nee, schade. Oh, das ist heiß. Das Feuer hier. Ich weiß, hier brennt echt schon alles, die müssen mit den Amüt rumspielen. Den brennt doch der Kädel. Den brennt wirklich der Kettel, glaube ich. Ich treffe ihn wieder mal. Ich bin so lost. Okay, beide mitnehmen. So, hier liegt nichts mehr, ne? Das habe ich. Hier ist auch nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Oh, nix rum. Wir müssen da rüber. Okay, warte mal gucken. Mal gucken, hier liegt hier noch irgendwas. Nein, da ist nichts mehr. Und da ist auch nichts. Okay, alles klar. Wir müssen mit Anlauf darüber. Sehr schön gemacht, Lara. Sie können das mitnehmen. Nicht hoch. Da ist nichts mehr. Das ist alle umgestürzt. Hier liegt auch nichts. Hier ist auch nichts zum Flimpern. Hier auch nichts. Oh Gott, das war so ein schöner Tempel, ne? Alles zerstört. Lara, du lebst. Sie ja auch. Ich meine, sind Sie okay? Was war los? Sie sehen mich nicht als Bedrohung. Deswegen kann ich mich hier fast frei bewegen. Wussten Sie, dass die anderen festgehalten werden? Ja, ja. Sam ist da drin. Aber ich kann sie nicht befreien ohne Wappel. Diese Solari sind ein anthropologisches Wunder, Lara. Das sind irre Mörder, Dr. Whitman. Wir müssen unsere Leute da rausholen. Natürlich, klar. Ich, äh, ich passe hier auf. Ruf mich, wenn es sicher ist. Ich glaube, du verstehst nicht. Du wurdest auserwählt, Samantha. Das ist eine große Ehre für dich. Für uns alle. Manche haben schon geglaubt, wir finden dich nie. Und jetzt bist du hier. Bitte. Ich weiß, Sie denken, ich bin was Besonderes. Das bin ich nicht. Und ich will nicht auserwählt sein. Es geht nicht darum, was du willst, sondern darum, was du bist. Hemikos Blut fließt durch deine Adern. Ich denke, du weißt das, Samantha. Sie sind irre, Matthias. Warum tun sie das? Du suchst nach Logik und Vernunft, aber da ist keine. Denselben Fehler habe ich auch begangen. Ich dachte, uns könnten Schiffe erreichen und Flugzeuge nicht vom Himmel fallen. Ich will einfach nach Hause. So wie ich, klar. Seit Jahren habe ich auf das hier gewartet und mein Leben gegeben. Denk nicht, ich hätte nicht versucht, von hier wegzukommen, von Dix Mord. Wir alle sind gefangen. Aber du, Samantha, du hast die Macht, uns zu befreien. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Die Brände werden schlimmer. Das andere Mädchen ist weg. Das muss ein Ende haben. Dimitri, bewache sie mit deinem Leben. Lara, oh mein Gott, du bist hier. Ich war hier schon kurz vor dem Durchdrehen. Ist okay. Ist okay. Alles wird gut. Meine Waffen. Wie sollen wir hier nur wieder rauskommen? Wir müssen los, bevor er zurückkommt. Whitman, Whitman, Whitman. Wozu hell ist er? Na, komm. Lauf, Lara, lauf. Hatsch sie. Zurück. Lauf. Zurück in den Drohensaal. Also, mit diesem Whitman, ne, da stimmt ja auch viel was nicht. Zurück in denitaeren. Das ist bei einem quatro flämuhst, mit dem Kilass hassen. Wasst die weißen Ich glaube, es ist weniger, dass ich sterben werde. Auch wenn ich nicht gut im Schießen bin. Ich werde nicht sterben. Ich glaube, es ist weniger, dass ich das Feuer dadurch ausbreitet. Was für den Dでしたen kommen, geht raus und finden Sie! Wir sind schon. Das ist nicht mehr ganz sauber. Ich habe drei Teile für die Schuhflinte bekommen. Aber sind das drei neue Teile? Oder was ist das? Oh, Leute, 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 Leute. Was sind das einfach für hirnamputierte Menschen? Die diesem komischen Messias hier mit denen folgen, ne? Haben wir noch irgendwas übersehen? Okay, ich schaue mal eben kurz mal in der Sicht. Ich weiß, dass es da lang geht, aber ich will wissen, ob es hier noch irgendwas gibt. Munition. Aber sonst ist nichts hier, was ich irgendwie rübersehen hätte oder so. Alles klar. Nehmen wir hier noch Munition. Pfeile sind voll. Perfekt, dann gehen wir raus. So ein schöner Tempel, so viele schöne Figuren. Und alles wird zunichte gemacht, wegen diesem kleinen Messias. Das ist auch nichts mehr, da kann man da gebuchen. Aber nee, das ist keines, wo ich aufheben könnte, okay? Ich dachte, ich kann die leise ausschalten, aber die wissen, ob ich da bin. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Versuch, sie rauszuschreiben! Okay, der ist da. Hier auch. Einfach drauf losschießen, man wird schon jemanden treffen. Hier wohl gedacht, du dreckiger Arsch. Ich habe dich alle so gedacht hier. Kleinen Arschmasen. Los, alle! Findet die Auserwählte! Die gehört mir! Ich habe auf dich geraten, ich schieße es dir weg! Ja, B-Cat! Ich schieße es dir weg! Ich schieße es dir weg! Wie, wie denn? Ich schieße es dir weg! Wie, wie denn? Komm her! Ich schieße es dir weg! Wir müssen drin, wir müssen drin, das in den Punkt kommt. Und hier muss mein, das in den Punkt kommt. Na, ich gehe ja! Komm da raus! Okay, schon nicht. Ja, gut. Okay, so. Fuck. Oh, eine neue. Waffe. Oder wir können das... Ich kann das drauf machen. Jetzt haben wir eine bessere noch... Oh mein Gott, oh mein goodness, oh mein goodness, Freunde. Okay, wir haben uns geblündert. Gibt es hier noch irgendwas? Liegt hier noch irgendwas rum? Einfach kurz mal ein bisschen schauen, ein bisschen rumgucken, ein bisschen entspannt nach diesem Kampf jetzt gerade wieder. Alter Verwalter. Okay, mit dem Granatwäffer können wir die Türe aufsprengen. Ja, lauf nur. Ja, genau. Lauf, ihr dreckigen Mistkerle. Lauf, ihr dreckige Mistkerle. Ich mach euch alle Platz. Lauf, ihr dreckige Mistkerle. Alle. 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 Au, sag mal, wie gut wirft er denn, Junge? Aua. Ich dachte, ich bin hier sicher, weißt du? Ich bin nicht hier, ich bin nicht hier, du riechst mich nicht. Juh, immer blöde Cocktails, die wir immer werfen, ne? Oh, heile. Wir sind da oben wieder mit ihren Blöden. Shit. Oh, no. Bam. Ich brauche nur die Stürmer, dann hat ich... Warte, 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 warte. Ich muss mir auch nachladen, diese Fendigste. So, der ist nicht so. Ist er tot? Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Ist der Einzige noch? So. Puh. Wollen wir auf jeden Fall noch kurz umgucken hier. Und noch ein bisschen looten. Feuer ist heiß, Achtung. Bin ja nicht dazugekommen hier, weil die ja alle so aggressiv sind. Schießwütig. Was ist schon wieder explodiert? Was ist gerade explodiert? Was ist gerade explodiert? Sind hier noch mehr? Ich hoffe, Sam ist in Sicherheit, Leute. Ich hoffe es so sehr, ne? Hier gibt es nichts mehr. Hier ist ein Lagerfeuer. Wir können uns einfach kurz ausruhen. Ich muss mal kurz durchatmen. Und wir können vielleicht was vergeben an Punkten und so. Ja. Wir können Punkte vergeben. Und mal das noch. Betrachten Sie Ihre Karte genauer, um die Positionen sämtlicher Schatzkarten und Grabeingänge zu ermitteln. Oha. Okay. Ich habe unsere Karte eigentlich nicht so gut wie noch gar nicht angetrunken. So. Pumpgun-Update. Yeah. Nice. Wir haben sehr viel gesammelt. Also können wir auch ein bisschen was ausgeben. Wir können sogar alles ausgeben. Komplettes Update. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Da seht ihr mal, für was es gut ist, wenn man immer so ein bisschen updatet. So. Ich hoffe wirklich, Sam geht es gut, ne? Können wir hier noch ein bisschen... Können wir nicht mal einsammeln, aber hier, den können wir noch plündern. Hier können wir nicht rein, da ist nichts. Okay. So. Hier hoch. Okay. Oh, 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 oh. Hier stößt langsam alles ein. Hier stößt langsam alles einfach ein. Hier stößt langsam alles einfach ein. Auch nicht. Ups. Autsch. Das war ein bisschen zu nah dran. Sehr gut. Da unten Sam. Sam. Lauf! Auf die Läden! Lauf! 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 Sam, lauf einfach nur, lauf, lauf, lauf. Lauf! Ist ich auf den Weg. Wir müssen helfen. Baaam. Baaam. Cocktail. Is it on? Das wird dauernd sein. Ich komme ja nur noch eben hier oben. Habe ich da noch Munition stehen? Steht noch ein bisschen. Komm runter hier, komm. Stell. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Okay. Ich bin auf. 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 Ich bin auf Auf. Ich bin auf. Ich bin auf. Zwei Affen da oben. Einer unten, einer ein bisschen weiter oben. Heiß, 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 heiß. Ich darf nicht draufgehen, ich darf nicht draufgehen, ich darf nicht draufgehen. Oh ne, wir müssen, wir müssen das auf ihn kriegen. Alter, treffend, die verdammt gut mit den Dingern, ne? Könnte ich mir noch ne Scheibe von abschneiden, du. Du, 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 du. Immer getroffen. Ja, nein. Ja, du armst es nicht. Okay, Vorsicht. Die Kante nicht dehnt, den ich ja. Ja, ich nicht. Ich bin ein Wachstum, ich bin ein Wachstum. Ich bin ein Wachstum. Alter, wie gut werfen sie, Junge. Die werfen so gut. Wahnsinn. Wo müsste ich auch kiezen? Der Schläger. Der Schläger. Der Schläger auch weg. Der ist auch down. Aber noch einer müsste hier sein. Aua, es sind sogar drei. Der ist down. Können wir uns jetzt mal hier ganz kurz ein bisschen umgucken? Ich finde immer noch welche. Da ist nichts mehr zum Bluten. Da ist noch eine Mission, aber das kann ich nicht bluten, weil so auch immer. Soll ich noch einsammeln? Da muss noch was. Da muss noch was. Fini, Achtung! Fini springen! Fini! Der ist hier wieder am Flavinern. Da ist nichts mehr. Bin wir hier in den Hof oder so? Gerade nicht. Hier raus. Hier kann ich ihn von Munition einsammeln. Die Musik, ne? Die macht mich grad gar nicht beruf. So, Flindern. 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 Munition. Perfekt. Wieso kriegen wir so viel Munition, Leute? Das heißt eigentlich, dass wir gerade aktuell sehr viel Munition benötigen werden. Ähm, hallo? Warte mal, hier war doch auch noch ein. Hier bin auch noch einen getötet gehabt. Okay. Können wir da nicht hoch, oder was? Doch, können wir rein, siehst du? Da ist aber nichts drin. Nur auf die andere Seite rüber. So, schon gut. Alles gut. Dann mal weiter hier im Spiel. Hübscher Brunnen. Hübscher Brunnen. Oh, da war mal hübsch. Jetzt ist nicht mehr hübsch. Hübscher Brunnen. Oh, da war mal hübsch. Oh, da war mal hübsch. Wow, da war mal hübsch.